Herzlich willkommen zum Podcast von PharmaLogisch. Heute geht es bei die Basics in Kürze um die Gicht. Die Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der sich zu viel Harnsäure im Blut ansammelt. Dieses zu viel an Harnsäure nennt man Hyperurichämie. Die Harnsäure wird im Körper aus Purin gebildet und das Purin kommt aus zwei Quellen. Zum einen stammt es aus dem Abbau der Purinbasen Adenin und Guanin, also aus unserem Erbmaterial, und zum anderen wird es über die Nahrung aufgenommen. Nahrungsmittel mit besonders hohem Puringehalt sind zum Beispiel Fleisch, Wurst oder Innereien. Das Purin wird mit Hilfe eines Enzyms abgebaut, das ist die Xantinoxidase. Dieser Abbau läuft in mehreren Schritten ab und am Ende entsteht dann die Harnsäure, die mit dem Urin ausgeschieden wird. Wenn jetzt der Harnsäurespiegel im Blut so hoch steigt, dass die Niere mit dem Ausscheiden nicht mehr hinterherkommt, dann lagern sich Harnsäurekristalle in Gelenken und Geweben ab. Dort werden dann Makrophagen, also Zellen des Immunsystems, aktiv und setzen eine Entzündungsreaktion in Gang. Die Stelle schwillt an, sie wird rot und sie tut ordentlich weh. Dieser heftige Schmerz kommt plötzlich, deswegen spricht man von einem Gichtanfall. Der Klassiker für so einen akuten Gichtanfall ist das Grundgelenk des großen Zehs. Man unterscheidet die Primäre von der sekundären Gicht. Bei der primären Gicht geht man von einer genetischen Komponente aus, die dann zusammen mit Faktoren wie Überernährung, purinreicher Nahrung, einer geringen Flüssigkeitsaufnahme oder hohem Alkoholkonsum die Gichtanfälle auslöst. Von der primären Gicht sind vor allem Männer ab 40 Jahren betroffen. Die sekundäre Gicht ist entweder die Folge von Grunderkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, Niereninsuffizienz oder Alkoholismus. Oder sie ist eine Nebenwirkung von Medikamenten, wie zum Beispiel den Diuretika. Ja, was die Gicht jetzt ist, haben wir gehört. Jetzt stellt sich die Frage, was kann man denn dagegen unternehmen? Fangen wir mal mit der Therapie eines akuten Gichtanfalls an. Das ist auf jeden Fall Sache des Arztes und kein Thema für die Selbstmedikation. Bei dem akuten Gichtanfall geht es darum, die Entzündung und damit die Schmerzen einzudämmen. Dazu kommen die NSAR, wie zum Beispiel Diclofenac, Etorikoxib oder Intomethazin in Frage. Außerdem können auch Glucocorticoide wie zum Beispiel das Prednisolon eingesetzt werden. In sehr seltenen Fällen wird ein Wirkstoff verordnet, den man ausschließlich beim akuten Gichtanfall einsetzt, nämlich das Kolchizin. Kolchizin wird aus der Herbstzeitlosen gewonnen. Das ist eine Pflanze, die hübsch lila blüht und so ein bisschen wie ein Kokos ausschaut. Kolchizin ist ein sogenanntes Spindelgift. Es hemmt die Vermehrung der Leukozyten und so kann es die Immunreaktion unterbrechen. Da es aber eben nicht nur gezielt auf die Leukozyten einwirkt, ist es ziemlich nebenwirkungsreich und deshalb wird es eben auch nur sehr selten eingesetzt und wenn, dann auch nur maximal drei Tage am Stück angewendet. Wenn jetzt der akute Gichtanfall vorbei ist, dann steht die Überlegung an, was man unternehmen kann, dass kein erneuter Anfall auftritt, weil die Hyperurichämie wird ja immer noch vorhanden sein und nicht von selbst verschwinden. Im ersten Schritt sollten Betroffene ihre Ernährung überdenken und alle Purinreichen Nahrungsmittel gar nicht oder nur in geringerer Menge zu sich nehmen. Ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, vor allem Fleisch und Wurstwaren sollten da wenig gegessen werden, Innereien möglichst gar nicht und der Alkoholkonsum sollte eingeschränkt werden. Warum eigentlich Alkohol? Was hat der damit zu tun? Der Alkohol allgemein bremst die Ausscheidung der Harnsäure. Und Bier hat zum Beispiel auch noch einen sehr hohen Puringehalt. Also wer viel Bier trinkt, der hat gleich zwei Gründe, warum das für die Gicht nicht gut ist. Wenn die Ernährungsumstellung alleine nicht ausreicht, dann gibt es aber auch medikamentöse Möglichkeiten. Und da kann man zwei Ansätze unterscheiden. Es gibt Wirkstoffe, die die Bildung der Harnsäure vermindern und es gibt Wirkstoffe, die die Ausscheidung der Harnsäure erhöhen. Die Wirkstoffe, die die Bildung vermindern, heißen Uricostatika. Sie hemmen das Enzym Xantinoxidase, das wir vorhin schon mal gehört haben, das zur Umwandlung von Purin in Harnsäure nötig ist. Der häufigste Wirkstoffvertreter aus dieser Gruppe ist das Alupurinol. Ein weiterer ist das Febuxostat. Die Wirkstoffe, die die Ausscheidung von Harnsäure erhöhen, heißen Uricosurica. Und da gibt es zum Beispiel das Benspromaron oder das Propenezid. Es macht auch Sinn, diese beiden Wirkstoffgruppen zu kombinieren, dann ergänzen und verstärken die sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Das ist zum Beispiel in Alupurinol-Ratio-Comp der Fall. Da ist Alupurinol und Benspromaron gemeinsam drin. Jetzt habt ihr einen guten Überblick über das Krankheitsbild und die Behandlung der Gicht. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut!